Steig ins Cockpit dieses super starken Turbo Rennwagens. Das 3 in 1 Modell besitzt eine hellblaue Lackierung mit breitem weißem Rennstreifen, einen weißen Heck-Spoiler, Niederquerschnittsreifen auf schwarz-weißen Felgen, Flügeltüren, die automatisch hoch schwingen, und ein Cockpit voller Details. Hierzu zählen der Überrollkäfig, das Rennlenkrad, der Dachok, der bewegliche Schalthebel, der Handbremshebel und die verstellbaren Rennsitze in Flammen gelb und grau. Darüber hinaus verfügt der Rennwagen über eine aufklappbare Heckmotorhaube, einen detailreichen Motor mit chromfarbenen Gittern und beweglichen Teilen, eine getönte Windschutzscheibe sowie detailgetreu nachgebildete Scheinwerfer, Heckleuchten, Auspuffrohre und Außenspiegel. Dieses Lego Creator 3 in 1 Modell lässt sich in einen Gabelstapler oder einen coolen blauen Flitzer umbauen. Untertitelung des ZDF, 2020